hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen runde skyverse mit mir dem schossi und mir dem loris servus ja skyverse ist eine skyblock map und die spielen jetzt mit 96 zielen versuchen alle zu erfüllen ich baue gerade den baum okay ich versuche selbst bekommen auf ich habe jetzt schon hunger ja ich auch einen halben balken ich habe schon zwei setze drei und eine abgängste jetzt sagen erst mal ein kappelsturm generator ja mache ich jetzt soll ich dann schon mal im baum gleich pflanzen noch mal ja oder alle alle was alle alle wurden halt alles selbst in den pflanzen die ich hab ja das gotten erde verbrannt meinst du bist so schlau weiß ich ich mache ja ja mit hintergrundmusik wieder du formst körpersturm das ganze röseln ich hab's da Einen gibt's hier. Und da sind die Sticks. Ja, in der Nacht kommen auch Monster. Das ist ja noch Vormittag in Minecraft. Wir haben das erste Ziel eigentlich schon erfüllt. Ja, und Kürbis ist ein Generator. Ja. Ja. Sind das Melonen zusammen, Jörg? Ja, und Kürbis. Okay. Ja, ich habe Blumen. Wie geht's? Ja. Ja. Okay. Ja. So Ist doch Was ist? Sind auch Knoppen drin? Nein, nicht mehr Schade Hey, für was hast du die verbraucht? Ja, um die Seeds zu bekommen Ich hab die Melone Wachsen lassen Ich brauch grad jetzt Einen effizienteren Cobblestone Generator Gibst du mir mal die Cobblestone Die du hast Ja Wo? Die ging immer noch Jetzt hab ich's Ja Kann ich mir ne Steinspitze abgemachen? Ja, machst du halt Ja, oder ich mach das erst gut Warte Hier und hier muss Wasser rein Hier muss die Lava rein Ich mach's an der gegenüberliegenden Seite Wie? An der gegenüberliegenden Seite? Oder ist das bloß da? Kann man das bloß da machen? Ne, kann man da glaub ich auch Ja, kann man da auch machen Warte, wir haben Monsterbomb Schon mal gut Ach, nein Nein Ich mach's an der Ich mach's an der Kante ist ja Nein 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 Ähm Ja Okay Ich glaub ich hab das was ich kaputt gemacht Was hast du gemacht? Den Kabelsturmgenerator hab ich aus was ich kaputt gemacht Ich glaube ich Die Lava ist weg Junge Ja, sorry alter Das kann ich jetzt dafür Dann müssen wir uns Lava cheaten Weil sonst Geht's nicht Geht's nicht Wie kann ich's dafür Doch, du kannst was dafür Nein, das ging da nicht mehr Der Dings ist Keine Ahnung Der Ja, das machst du Ja, ich müsste demonstrieren was passiert ist Der Der komische Lok da oben ist irgendwie Weggegangen Ich weiß nicht Ich glaub das war ein Bug Und dann ist das da rausgegangen Dann hat das das weggeflutet Irgendwie Das ist das auch weg Und dann musste ich Äh reagieren Und hab die Lava ausfressen weggemacht Danke, jetzt ist mein ganzes Zeug weg Ja, bitte Ja, mir ist gerade ein Holzstück runtergefallen Nicht so gut, aber wir haben ja genügend Durch den Monster bauen Apfel Ansonsten ist hier kein Holzstamm Ja, ich spiel mit dem 6-Diggen-Alfer-Texture-Pack Also Resource-Pack Spiel mit Default Ich spiel mit dem Was machst du gerade? Ich habe ein bisschen Holz in den Ofen getan Wegen Fackeln Okay Zock, es ist besser Ja, vor allem lassen wir dunkel Das Monster spawnen Okay Das Skelette spawnen und so Wollen wir jetzt ein Haus oder nicht? Ja, erstmal ein bisschen Kein Haus Zuerst mal kein Haus Ich spiel mit dem Ja, so schaut auch besser aus der Kabustan-Generator. Ja, so schaut auch aus der Kabustan-Generator. Ja, so schaut auch aus der Kabustan-Generator. Ja, so schaut auch aus der Kabustan-Generator. Ja, so ich spiele gerade mit Inventory Tweaks und Sans Minimap. Ich spiele mit Weiß Minimap und Inventory Tweaks. Ja. 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 Ja.